Bitcoin und Ethereum, was die nächste explosive Bewegung? Lasst uns das in den Charts herausfinden. Oh mein Gott, schaut euch das an. Wir sind explodiert. Und wir sind jetzt in diesem Bereich. Und wir denken jetzt darüber nach, werden wir noch weiter explodieren und ich werde darüber reden, was das alles bedeutet und wie wir das traden können in der heutigen Sendung. Oh mein Gott. Wow. Was jetzt gerade in der Ukraine und in Russland passiert, das wird übertroffen von Bitcoin. Und wir werden darüber reden, warum. Oder eher mögliche Gründe. Und wie wir das traden können bei Bybit.davincij15.com oder Femex.davincij15.com Und lasst uns jetzt weitermachen mit den Charts, weil ich bin aufgeregt und ich möchte mir das ansehen. Ich möchte sehen, wie weit es nach oben gehen kann und wir machen das genau jetzt. Also ich glaube jetzt gerade, wir haben darüber geredet. Vorher hatten wir sehr viel Widerstand und Unterstützung. Lass mich etwas rauszoomen. Weil denkt dran, wir haben darüber geredet, für eine ganze Zeit lang, über diesen Bereich, diese Unterstützungslinie bei den 41.000. Ich glaube, wir können das jetzt abschließen, diesen Bereich. Weil wir sind einfach da durchgeschossen. Mehrere Male. Boom, boom. Also das zählt nicht mehr. Das ist nicht mehr Unterstützung und Widerstand. Wir können das jetzt ausschließen, als Unterstützung und Widerstand. Und deswegen müssen wir uns neuen Widerstand und neue Unterstützung suchen. und offensichtlich ist das jetzt der 45.000-Dollar-Bereich. Also wenn wir jetzt etwas rauszoomen und auf die tägliche Chart gehen, ich wette mit dir, die 45.000 hat Signifikanz. Und lass uns das etwas weiter rüberbringen, indem wir eine neue hinzufügen. und dann könnt ihr sehen, wenn wir rauszoomen, die 45.000 ist ein wichtiger Bereich. Ungefähr hier. Also wir haben sehr viel Unterstützung und Widerstand um die 45.000. Also wir könnten sagen, wenn wir über die 45.000 gehen, dass wir weiter nach oben gehen. Aber das Wichtige, die wichtige Unterstützung und Widerstandslinie, die wir im Auge halten müssen, dass wir exklusiv weiter nach oben gehen, ist dieses große W hier unten. Und das ist ein doppelter Boden hier. Und das könnte uns umdrehen. Richtig heftig. Wenn wir über die 45.000 oder 46.000 gehen, in dem Bereich, dann können wir sehen, dass wir eine massive Explosion sehen. Zu einem Ziel. Lass uns sehen, was das Ziel ist. Also ich werde das traden, wenn wir ausbrechen. und unser Ziel wäre, lass uns konservativ sein und lass uns die Kerzenkörper als Ausbruchsbereich nehmen. Etwas konservativ. Weil der Ausbruchsbereich, der wäre bei 44.800. Also fast 45.000. Und wir können sehen, das bringt uns den ganzen Weg hoch bis zu 57.000 Dollar. In dem Bereich. Wow. Das bringt uns in einen bullischen Mode, ganz sicher, wenn wir da hinkommen. Und ich würde sagen, wir sind in einem Bullenmarkt, sobald wir über die 45.000 gehen, über den 45.000er Bereich, und eine tägliche Kerze darüber schließen, dann suchen wir keine M's mehr, dann suchen wir W's, weil das wird eine schöne Zeit für die Trader, die den Bullenmarkt lieben. Also das war's. Das ist das. Ihr könnt sehen, der Rock'n'Brainer Indikator hat gesagt, wisst ihr was, das ist ein Kaufsignal auf der täglichen Chart und auf der 4-Stunden-Chart hat er das schon lange gesagt. Und ja, du hättest höchstwahrscheinlich etwas Geld hier verloren, wegen diesen Kaufsignalen hier, aber dieses letzte Kaufsignal hätte dir so viel Profite gebracht, dass diese letzten egal wären. Ihr könnt ihn auch benutzen, den Rock'n'Brainer Indikator, indem ihr rüber geht zu payments.rock'n'brainer.io. Okay, also. Lass uns rüber gehen zu Ethereum. Hier habt ihr's. Auf der täglichen Chart könnt ihr sehen, dass wir auch ein Kaufsignal haben. Ne, das ist die 4-Stündige Chart. Auf der 4-Stündigen Chart. Und ihr hättet diesen Trade nehmen können bis hier oben. Bis zu 3000 Dollar. Und wir haben jetzt immer noch kein Verkaufssignal. Und es gibt ein kleines Signal, das wir vielleicht uns umdrehen. Also ihr könntet das wieder hier kaufen, bei dem 2800er Bereich. Sollte das wieder runterkommen. Und dann könnt ihr sehen, wie es abhebt. Und bei Bitcoin, wenn es zurückkommt zu den 41, 42 Tausender Bereich, um das 13. EMA noch mal zu testen und dann abhebt, unter dem 13. EMA auf dem 4-Stündigen Chart und davon abbreitet und dann werden wir abheben. Und bei Ethereum ziemlich gleich. Aber ich glaube, wir werden bei dem 200-Period-Moving-Average abbreien auf der 4-Stunden-Chart. Und dann können wir sehen, dass wir einen richtig heftigen Bounce sehen könnten. Bis hoch zu 9 Höhen für Ethereum. Okay. Also geht sicher, dass ihr DJ-15-Token besitzt. Das ist ziemlich einfach, den zu kaufen. Benutz deine Meta-Mask und dann kannst du das tauschen mit deinem Ethereum oder USDT und boom, dann hast du DJ-15-Token. Sofort. Und geht sicher, dass ihr meine Referralinks benutzt, weil jetzt gerade bekommen wir das ganze Geld von meinen Referralinks und dann werde ich wieder eine große Menge an DJ-15-Token kaufen und burnen. Also geh sicher, dass du den vorher besitzt. Oh, das war nicht gut. Wir haben gesehen, dass die Bouldinger Bands sich hier zusammengezogen haben. Und denkt dran, wie ich gesagt habe, wenn die Bouldinger Bands sich hier zusammenziehen, dann ist es bereit für eine explosive Bewegung. Also ja. Das war schwer zu sagen, weil wir haben eine bärische Diverges gehabt, die bestätigt wurde und dann hat es sich einfach umgedreht. Aber halt den Gedanken, das könnte eine fehlgeschlagene Bewegung resultieren in eine schnell in die gegenüberliegende Richtung sein. Also das könnte immer noch bedeuten, dass wir nach unten gehen. Weil wir haben immer noch eine bärische Divergence. Wir haben jetzt eine doppelte Divergence und die ist noch stärker. Weil wenn wir das sehen, ist das eigentlich effektiv eine dreifache Spitze. Also ihr könnt sehen, dass hier die Divergence ist. Also eine dreifache Divergence. Lass uns das einzeichnen. Von hier bis dahin. Weil jetzt könnt ihr sehen, wir hatten die erste Divergence, die war von hier nach da. Von den 42%, 42,39 bis zu den 43,18. Und jetzt von hier oben bis hier oben von den 43,6 bis zu den 44%. Könnt ihr sehen, dass das eine Divergence wie damals ist. Verglichen mit den Indikatoren und denkt dran, das MACD hat genau das gleiche gezeigt. Genau die gleiche Divergence, eine doppelte Divergence auf den Charts hier. Ihr könnt das genau hier sehen. Von hier nach da. Und diese letzte Spitze. Also wieder mal mehrere Divergence, die hier eintreffen. Und das ist ein Signal an Schwäche. Also ich muss sagen, dass das wirklich Schwäche zeigt auf der Dominanz. Und ich muss sagen, dass das effektiv eine dreifache Spitze sein könnte, wo wir richtig heftig dampfen. Und dass wir sehen, dass die Altcoins abheben. Und dass die Altcoins ziemlich schnell abheben. In dieser Phase. Und das hört sich toll an. Aber das ist, was die Charts uns sagen. Genau hier. Und wir müssen das akzeptieren. Auch wenn, auch wenn wir eine höhere Dominanz bekommen, signalisiert uns das, dass wir eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, dass das hier eine Wende ist. Also mit dem gesagt, ihr könnt diese Information benutzen, indem ihr die Little Old Ladies Strategy benutzt. Indem ihr die Altcoins kauft und die Hälfte bei einer Verdopplung verkauft. Ihr wollt das tun, weil ihr wollt Bitcoin. Und keine Dollar. Weil Bitcoin ist echt. Bitcoin ist hier, um zu bleiben. Und ihr müsst ein Teil davon sein.